Ja, es fällt mir jetzt wirklich schwer, den Trailer jetzt hier anzuspielen. Es ist ja noch lange nicht die Spitze des Eisbergs erreicht, aber weiter, ob das jetzt heute war oder gestern, ich beziehe mich jetzt auf Detlef, allerdings mit F, also nicht unseren Detlef von Wagnus Radio, Wagnus TV, das Wahrheitskanal, und da gehe ich auch davon mal aus, dass es stimmt, dass da irgendein Arzylader eine junge Mutter aus purer Mordlust vor den Zug gestoßen hat, die dann auch verstorben ist, oder auch noch, ja, eben Mutter war von einem 13-jährigen Mädel. Jetzt wird es wahrscheinlich, jetzt wird es wahrscheinlich komplett emotional, tut mir leid, aber ich kann nicht anders.